EU-Chefs einigen sich auf Öl-Embargo gegen Russland. In dieser Sendung soll es mal darum gehen, was diese Öl-Embargos wirklich bedeuten, was sich jetzt verändern wird in den nächsten Jahren und wie sich das auf die Preise auswirken wird. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Reden wir heute mal über das Öl-Embargo und diese ganzen Energiesanktionen, die die EU in letzter Zeit verhängt hat. Dazu muss man folgendes wissen. Das Ganze hat seinen Anfang genommen in der Regierungszeit von Donald Trump. Donald Trump war das damals irgendwie ein Dorn im Auge, weil die USA sind ja jetzt ein großer Hersteller von Fracking-Gas, aber man muss dazu wissen, Fracking-Gas ist in der Herstellung teuer. Es war quasi konkurrenzlos teuer, irgendwas davon in die EU zu exportieren, konnten die Amis sich von Anfang an abschminken. Und dann sieht es auch so aus. Die EU hat von allen großen Industriekomplexen auf der Welt, das gilt sowohl für die USA als auch für Südostasien, als auch für sonstige Industrienationen, einen wirklich großen Wettbewerbsvorteil. Dieses System mit irgendwelchen Pipelines, das wurde damals vom Warschauer Pakt quasi schon unter Stalin in die Länder des Warschauer Paktes gebaut. Da waren die Anfangsinvestitionen sehr hoch. Das konnte nur im Rahmen des Kommunismus in Form von staatlichen Investitionsprogrammen so gestemmt werden. Aber wenn man mal dieses Gas hat aus der Pipeline, dann ist es halt konkurrenzlos günstig. Und das war vielen von Anfang an immer ein Dorn im Auge. Trump hat damals schon angefangen rumzustänkern, wie das ja halt seine Art war. Nee, das geht doch nicht. Das ist ein Skandal. Ich soll hier die Europäer beschützen vor dem bösen Russen. Und in Wahrheit finanzieren sie den Staatshaushalt von Russland und so weiter und so fort. Und dann begann ja der kometenhafte Aufstieg der Grünen. Auf einmal trommelten die Medien, Grün, es muss Grün sein und so weiter und so fort. Die Grünen sind heute die Partei in Deutschland, auf die irgendwelche transatlantischen Strukturen noch den höchsten Einfluss haben. Die zweitmeiste Partei ist die FDP. Bei der CDU, naja, das ist so eine mittlere Traurigkeit. Und die SPD, das haben wir ja mittlerweile auch gemerkt, die hat sehr gut verdient und hat sehr gut lobbyiert in diesem Russlandgeschäft. Die SPD ist quasi die politische Kraft, die dieses Geschäft überhaupt eingefädelt hat. Und jetzt hat sich ja durch den Krieg in der Ukraine natürlich einiges verändert. Wenn ihr euch mal richtig erinnert, dieses Gerede mit wir müssen unabhängiger werden und so weiter und so fort. Aber wieso müssen wir eigentlich unabhängiger werden? Das müsst ihr euch mal ganz nüchtern überlegen. Warum muss ich eigentlich unbedingt unabhängiger davon werden, die günstigsten Energiepreise der Welt zu haben? Weil bis zum Einmarsch der Russen in der Ukraine hat mir ja der Russe eigentlich nie so wirklich was getan. Und ich meine, wenn ich die Vorstellung habe, dass ich eine Ordnungsmacht sein will, die den ganzen Planeten irgendwie ruled und alles bestimmt, ja okay, dann ist natürlich der Russe ein Störfaktor. Der Russe besiegt die Tschetschenen. Er lässt sich da unten am südlichen Rand nicht irgendwelche Teile von Russland wegseparieren. Und er interveniert für Assad und lässt nicht zu, dass man Assad stürzt. Er macht sich da unten breit im arabisch-islamischen Raum. Aber du müsstest auch Folgendes bedenken. In gewisser Weise ist es ja so, wenn du einen Teil der Welt kontrollieren willst, wenn du derjenige sein willst, der dort bestimmt was Sache ist, dann musst du das mit Truppen vor Ort machen. Du kannst es nicht durch Blockade-Politik machen. Versteht ihr? Du kannst natürlich Sanktionen einführen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in Wahrheit haben Sanktionen noch nie besonders viel gebracht. Erstmal bringen dir Sanktionen, dass du dich abkoppelst von irgendwelchen Märkten, die nicht so sich benehmen oder sich so verhalten, wie du gerne möchtest. Aber du hast ja zum Beispiel Kuba, die haben ja Sanktionen seit den 50er Jahren des Landes immer noch da. Es wird zwar immer geredet, ja die sind so arm und mit Sicherheit beeinflussen auch irgendwelche US-Sanktionen den Lebensstandard in Kuba. Aber dass man nicht existieren kann, wenn man EU-Sanktionen oder US-Sanktionen hat, ist Quatsch. Das sieht man am Iran, das sieht man in unglaublich vielen Ländern auf der Welt. Eigentlich sind Sanktionen erstmal nur so ein Ding, sich selber zu entflechten von Menschen, die ich nicht mag, kann man sagen. Also wirklich etwas bewirken, wie zum Beispiel im Fall von Saddam Hussein. Der Westen hatte jahrelang Sanktionen gegen Saddam Hussein. Es hat dem Westen gar nichts gebracht. Saddam Hussein zu stürzen hat bedeutet, wir müssen hingehen, wir müssen eine halbe Million Mann mobilisieren und wir müssen ihn aus seinem Loch bomben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist er weg. Und ohne, dass wir ihn aus seinem Loch bomben, ist er eben nicht weg. Mit Sanktionen alleine kriegen wir ihn nicht so ohne weiteres entfernt. Und so sieht es auch heute aus. Also dieses ganze Gerede von wir müssen uns abkoppeln und wir müssen uns abtrennen, und das wird uns den Einfluss, den wir, sagen wir mal, vor 20, 25 Jahren im arabisch-islamischen Raum mal hatten, als die USA noch eine mächtige Truppenpräsenz dort hatten, den werden wir dadurch nicht zurückbekommen. Und dadurch, dass wir uns jetzt von Russland entkoppeln, dadurch werden wir auch nicht bewirken, dass Putin jetzt plötzlich wieder nach unserer Pfeife tanzt, so wie er, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch nach unserer Pfeife tanzen musste. Weil, da könnt ihr euch ja vielleicht auch noch dran erinnern, die NATO hatte ihre Osterweiterungsrunden. Die Russen haben dem, die haben immer protestiert, so rote Linien oder so geht das nicht und so weiter. Aber so wirklich gemacht haben sie nichts. So richtig ungünstig oder sagen wir mal ungemütlich ist es erst geworden für die EU durch die Annexion der Krim. Weil da ist quasi der Westen geopolitisch sehr stark ins Gehege mit Russland gekommen. Und dafür musste der Westen einen Preis bezahlen. Ich sage das jetzt wirklich ganz wertneutral. Es geht nicht darum, dass ich für den Westen oder gegen den Westen bin und auch nicht für Russland oder gegen Russland. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Der Witz ist, der Westen hat in der Ukraine interveniert. Also der Maidan wäre nicht zustande gekommen. Ich meine, bei uns wird es natürlich gerne so dargestellt, ja das Volk wollte Demokratie und so weiter. Aber ohne Support irgendwelcher westlicher Länder und ohne irgendwelche Garantien und irgendwelche Unterstützungen und Finanzierungen, diese Armee von irgendwelchen Maidan-Aktivisten, wo da täglich 20.000, 30.000 von denen auf dem Maidan standen, über Monate hinweg und gegen die Regierung protestiert haben, die haben nicht von Luft und Liebe gelebt. Irgendjemand musste ihnen auch das Geld gegeben haben, dass sie jeden Tag da stehen konnten und sich diese ganze militärische Schutzkleidung besorgen konnten und so weiter und so fort. Aber trotzdem wollen wir uns jetzt vom Russen entkoppeln. Und in gewisser Weise, auf eine gewisse Art und Weise, jetzt bitte nicht falsch verstehen, hat uns der Russe aber durch seine Intervention, durch seinen Einmarschen der Ukraine einen großen Gefallen getan. Jetzt brauchen wir keine Greta Thunberg mehr, wir brauchen kein 1,5 Grad Ziel mehr, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben jetzt den Einmarschen der Ukraine, das ist Grund genug. Können wir zum großen Kahlschlag für diese Energiewirtschaft ansetzen. Und jetzt müsst ihr Folgendes sehen. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir von Russland abhängig waren und teilweise immer noch sind. Es gibt Kohle, es gibt Erdöl, es gibt Gas und es gibt Uran. Alles das beziehen wir von den Russen. Und am unproblematischsten für irgendwelche Sanktionen ist erstmal grundsätzlich Kohle. Kohle ist nichts, was irgendwie begrenzt auf der Erde vorhanden ist. Kohle hat aber den Nachteil, dass es der schmutzigste und CO2 ungünstigste Energieträger auf der Welt ist. Aber gut, er kann eine Art Brückentechnologie sein. Das einzig Dumme bei Kohle ist, dass man halt merkt, dass es eigentlich nicht wirklich ernst gemeint ist. Wenn ich jahrelang das 1,5 Grad Ziel promote und den Leuten erzähle, die Welt geht unter, wir haben keine Zeit mehr. Und jetzt auf einmal, wo der Konflikt in der Ukraine ist, haben wir doch Zeit, die Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen. Das kann man natürlich so machen, aber besonders glaubwürdig wirkt das nicht. Also wenn Robert Habeck jemals glaubwürdig darin war, dass er wirklich was für die Umwelt tun will, dann ist es jetzt für mich zumindest nicht mehr. Das kann ja jeder so denken, wie er will, aber ich finde das alles komisch. Und dann haben wir noch Erdöl, Erdgas und Uran. Alle drei Energieträger sind nicht ohne weiteres auf der Welt vorhanden und sind auch nicht ohne weiteres zu transportieren. Wir haben nun mal diese Pipelines für Erdöl, die wir haben, die führen nach Russland in der Regel oder beziehungsweise die kommen aus Russland. Erdgas haben wir de facto bisher gar nicht die Technologie, das von woanders importieren zu können. Und jetzt baut der liebe Robert Habeck irgendwelche LNG-Terminals. Dadurch können wir dann auch Erdgas von woanders kaufen. Aber das Problem ist, die Erdgasvorkommen dieser Welt, diese ganzen Energieressourcen, die werden in sehr langjährigen Verträgen normalerweise vereinbart. Das muss man auch so ein bisschen dazu wissen. Zum Beispiel sowas wie irgendwelche Scheichs in Katar. Die haben schon Verträge jetzt mit China. Es gibt auch irgendwelche Spotmärkte. Das hängt ja ein bisschen davon ab, je nachdem. Es gibt ja auch Energieformen wie zum Beispiel Solarenergie und Windenergie, die schwanken. Die sind nicht so kontinuierlich. Also wenn ich zum Beispiel Atomkraft da habe oder Erdöl oder Erdgas, dann habe ich einen bestimmten Input an Ressource X und dann habe ich einen bestimmten Output an Energie Y. Bei bestimmten Energieformen ist das nicht so. Deswegen gibt es ja auch diese Spotmärkte, wo ich kurzfristig mal irgendwas zukaufen kann. Aber diese Spotmärkte sind vergleichsweise teuer und die Mengen, die dort getradet werden, sind eher klein. Also die meisten Energievorkommen auf der Welt sind fest eingebunden in Langfristverträge. Das muss man ganz einfach so verstehen, wie es ist. Der Scheich von Katar, der hat irgendwelche Langfristverträge mit China. Die hat er abgeschlossen. Da kommt er auch nicht so schnell wieder raus. Es gibt keinen Grund jetzt zu sagen, ja, ich höre jetzt auf zu liefern an China. Ich liefere jetzt lieber mal an die EU kurzfristig, weil die jetzt irgendwie Zoff mit den Russen haben. Und jetzt hat man sich auch auf ein Öl-Embargo geeinigt. Normalerweise sollte das ein Komplett-Embargo sein. Aber jetzt haben halt irgendwelche osteuropäischen Länder wie Slowakei, Ungarn, Bulgarien. Jetzt wird hier hauptsächlich Ungarn als Bösewicht benannt. Aber da waren einige Länder, die protestiert haben gegen ein Komplett-Embargo. Jetzt hat man sich aber trotzdem auf ein Embargo geeinigt. Nur sind die Pipelines ausgenommen. Das heißt, man hat sich auf ein Embargo zur See geeinigt. Da muss man aber Folgendes wissen. De facto ist es so, irgendwelche Transporte von Öl auf See. Öltanker sind große, extrem träge, langsame Schiffe. Das ist alles ziemlich teuer. Und es gibt schon ein Embargo für russische Schiffe in der EU anzulegen. Jetzt haben die Russen kurzfristig umdisponiert und haben halt irgendwelche Transporte von anderen Ländern erledigen lassen. Daraufhin hat man dann irgendwelche Maßnahmen ergriffen, auch das zu unterbinden. Aber jetzt gibt es so ein Verfahren, wie man die Sanktionen unterlaufen kann. Da habe ich das erste Mal davon gehört im Zusammenhang mit dem Iran. Der Iran hat ja auch sehr scharfe Sanktionen durch irgendwelche westlichen Länder. Du kannst zum Beispiel sagen, du schickst einen großen Tanker aus Griechenland. Der ist aber nur 20% befüllt. Sagen wir mal, er fasst eine Million Tonnen Öl. Aber es sind nur 200.000 Tonnen drin. Und unterwegs auf See trifft sich dieser Tanker mit irgendwelchen anderen, kleineren Transportschiffen. Die kommen aus Russland, die treffen sich in internationalen Gewässern. Dann werden irgendwelche Rohre verlegt. Also Schläuche werden von dem einen Schiff auf das andere gezogen. Und dann pumpt dieser kleinere Tanker dieses Öl, das er dabei hat. Er ist randvoll. Er pumpt es in den größeren Tanker ab. Dadurch vermischt sich das schon im Tanker vorhandene Öl mit diesem neuen dazukommenden Öl. Und jetzt kommen vielleicht zwei, drei solche kleinere Tanker an und pumpen ihr Öl in den größeren Tanker. Dann hatte ich dieses Öl vermischt. Und es ist de facto so, es gibt heute kein Verfahren, mit dem man später genau nachweisen kann, dass dieses neue vermischte Öl aus diesem und diesem Land kommt. Das ist so. Dann fährt dieser griechische Tanker nach zum Beispiel Rotterdam, legt dort an und lädt sein Öl aus. Wenn man ihn fragt, woher kommst du? Ja, ich komme aus Griechenland. Wie viel Öl er in Griechenland wirklich getankt hat, geladen hat, das ist nicht feststellbar. Das weiß man nicht. Man könnte ihn theoretisch dabei beobachten, dass er auf See sich mit irgendwelchen anderen Schiffen getroffen hat. Aber so what? Keine Ahnung. Wir standen da halt rum. Es war lustig. Wir haben lustig gefeiert. Man kann solche Verfahrensweisen, Sanktionen zu unterlaufen, de facto nicht unterbinden. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich ist dieses Öl-Embargo wirkungslos. Das Öl, was durch Tanker gekommen ist in den letzten Wochen, das ist eh meistens aus Russland. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Also, wenn du heute an der Tanke tankst, dann zahlst du 70, 80 Cent mehr für den Liter Benzin. Aber in Wahrheit zahlst du im Grunde dafür, dass du auch wieder russisches Öl kaufst. Nur dadurch, dass halt dieses Öl in einen Tanker geladen wurde, dann hat dieser Tanker ein Rondeville-Manöver gemacht. Er hat das Öl umgepumpt und so weiter und so fort. Das kostet halt Geld. Das ist ja alles teuer, versteht ihr? Da müssen ja mehrere Schiffe irgendwie gemietet werden. Die müssen ankommen, die müssen dieses Manöver machen. Das ist alles umständlich und dauert lange. Und diese Mehrkosten, die zahlst du jetzt an der Tanke. Aber letzten Endes kaufst du mehr oder weniger dasselbe Öl wie vorher. Wir kaufen jetzt auch wieder weiter russisches Öl. Nur, dass halt in irgendwelchen Umladeverfahren nicht mehr als russisches Öl zu erkennen ist. Und dann gibt es noch so einen anderen Faktor, das möchte ich euch auch noch kurz erzählen. Ich habe heute gelesen, dass Serbien einen sehr günstigen Deal mit Russland geschlossen hat. Es gibt jetzt irgendwelche Pipelines. Es gab ja früher das Projekt Southsteam. Das nennt sich jetzt irgendwie Seran-Pipeline, Turkish Stream. Dieser Name, dieses Southsteam wurde gecancelt. Dafür kam eine ganze Reihe anderer Pipelines, die kurzfristig, kurzerhand geplant wurden. Und manche führen durch Bulgarien, manche führen durch Griechenland nach Serbien. Serbien ist neutral. Es ist nicht in der NATO. Es ist nicht in der EU. Ich vermute, Orban wird sich jetzt schnell eine Pipeline bauen lassen von Belgrad in Serbien. Bis dahin reicht die Pipeline, die bisher schon gebaut ist, nach Ungarn. Das bedeutet, man wird diese große Pipeline Druschba. Dazu muss man nämlich auch Folgendes wissen. Diese alten Pipelines, wie zum Beispiel dieses Druschba. Das ist eine riesengroße Pipeline, die wurde noch von der Sowjetunion gebaut. Diese Pipeline ist alt, die führt durch die Ukraine. Die ist unsicher. Der Russe möchte sein Öl nicht mehr durch die Ukraine liefern. Was ja angesichts des Konflikts, den er mit der Ukraine hat, auch irgendwie logisch ist. Und eigentlich ist diese Pipeline alt und wird auch in den nächsten Jahren irgendwann mal reif für den Abriss sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert erklärt. In Wahrheit ist dieses Öl-Embargo eine Mogelpackung. Das Öl, was wir bisher über See bezogen haben, das ist jetzt in Anführungszeichen verboten. Aber es war auch schon vor einem Monat verboten. Es wird uns in Wahrheit schon längst über Umwege geliefert, über dieses Umladeverfahren. Es kann sein, dass in ein paar Jahren wieder Kapazitäten frei werden. Weil das müsst ihr auch bedenken, wenn jetzt ein erhöhter Ölbedarf besteht. Es gibt immer so eine gewisse Vorlaufzeit. Es dauert jetzt ein paar Jahre, sagen wir mal, der Ölpreis ist jetzt gestiegen. Das wird auch bewirken, dass irgendwelche Investoren in Saudi-Arabien oder sonst wo auf der Welt mehr und neue Quellen erschließen werden. Das heißt, in, sagen wir mal, zwei Jahren wird wieder mehr Öl verfügbar sein auf dem Weltmarkt, auch von woanders her. Das bedeutet, vielleicht wird dieses Umladeverfahren auch dann nicht mehr nötig sein. Aber gleichzeitig wird der Russe sich natürlich auch andere Absatzmärkte suchen. Er wird diesen Move machen über Serbien. Also, wahrscheinlich wird Serbien unendlich profitieren in den nächsten Jahren und zur ganz großen Drehscheibe von russischem Öl werden. Russisches Öl wird nach Serbien kommen. Da werden es die Serben kaufen. Und dann wird es serbisches Öl sein. Genauso ist es auch mit der Türkei. Das hast du auch heute schon. Die Türkei kauft russisches Öl. Und danach ist es dann halt türkisches Öl. Und außerdem baut der Russe ja mittlerweile auch schon wieder fleißig Pipelines nach Indien und China und weiß der Geier wohin. Das bedeutet, außer Spesen nichts gewesen. Der Krieg in der Ukraine geht trotzdem weiter. Also, unterm Strich hätten wir uns das eigentlich alles auch sparen können, inklusive der vielen Kosten, die wir jetzt beim Tanken haben. Aber nein, nein. Versteht ihr? Wir wären ja nicht die EU, wenn wir es auch einfach machen würden, wo es kompliziert geht. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Rainer Ernst.